oi habt ihr euch lange genug an diesen grotesken Anblick gelagt? es sollte wohl dankbar sein, dass ihr mich nicht sofort angegriffen habt hä? laut, seid ihr krank? ich bin einer der befallen ohne periitis schutz wäre ich schon vor einem jahr an dieser seuche gestorben wohin geht ihr? ich gehe zurück nach hochfels unser Hirte ist vom rechten weg abgekommen und ich fürchte periitis zorn wird all jene verschlingen die bei ihm bleiben cash kann euch vermutlich mehr dazu sagen ich will nur so schnell wie möglich weg aus himmelsrand ok cash im schreien periit ja pfff ihr braucht etwas? nein ich wollte gerne diesen ort hier einfach mal sehen guten tag hier ist es nicht sicher hier laufen diebe herum die alles stehlen wollen was man besitzt dann gebe ich den dieben eins auf die fresse und dann sind sie still so ich kämpfe lieber mit mit flammer da gibt es Sachenwörter da hinten bestimmt gut gucken wo ich lang komme ist das da ein karawanendingens oder ein diebes irgendwas oder hallo steck den laden nicht in dran klar ich bin ja nur ein jäger ich jage und werf deinen blick drauf da kann ich später mal antikern wegen pelzige pelz pelz und so ja meine wilderei tut werf deinen blick darauf ich brauche nämlich pelz später ganz viel ich dachte schon die würden mich jetzt angreifen was wärs da unten ist was da kann ich schon mal eben hingehen den kleinen abstecher nach da unten oh nein oh nein da siehst du das nein es hat es hat mich bemerkt uah uah das sind ja das sind ja das sind ja das sind ja Säbelzantik oh Gott nein aah was soll ich tun oh ich geh gleich drauf oh ich geh gleich drauf ach so hier ach so hier kann ich auch mal was nein der greift aber echt scheiße schnell an war zack zack geil diese pflanzen wie ich auch hin hey krasse sache wir haben es kaputt gemacht haben sie besägt ich dachte ich dachte das wären Wölfe hier liegt ein wolf rum wo ist das andere Viechchen ist es das da ne das ist ein baum ne trotzdem eine komische wurzel ich suche dieses grüne pflanzenvieh ich suche dieses ich suche dieses grüne pflanzenvieh es ist doch auch gestorben oder ein komischer Ort hier was gibt es denn hier interessantes hä blumen und pilze nicht ein jäger ein toter jäger du blöder toter jäger hast nie mehr was interessantes dabei kann ich spielstuhl noch verkaufen warum spiel ich eigentlich spiel ich die ganze zeit so ist mir gar nicht aufgefallen gar nicht wahr spiel ich grad gar nicht so oder oder da sind noch gegner Spinnen Zack Kopf gespalten die Musik ist auch so dynamisch hier scheint aber nichts zu sein ne nicht großartig einfach nur ein Ort ich dachte es wäre wieder so was mit so Drache-Ding ach da ist das Zweckli jetzt geh ich aber endlich mal auf weg zu dem komischen Ding auch was machst du eine lustige Wurzel was für eine Wurzel ein kleiner Fuchs ein kleiner Fuchs ich werde die vernöchten Fugti stirbt man bleib stehen bleib stehen sehr schön dann bin ich mal gespannt was da oben an der Festung was ich mich da erwartet geht Hase Hase gibt lecker Hähnchenkeule ach ne Quatsch das war das falsche Tier da ist schon einer Ich seh die schon. Gesehen, aber nur von Lydia oder was? Von wem werd ich denn jetzt gesehen? Von dem Piscop da hinten. Das können wir mal verstecken hier. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Da hinten ist irgendwas. Versteckt. Ja, Lydia rennt da schon mal rein. Das ist sehr schön. Er ist hin. Ich muss ihn doch vorher noch looten, bevor er wegrutscht oder so. Ich hab die scheiß Festung erreicht. Jetzt geht's los hier. Kampf um Leben und Tod. Schnauze. Alter, jetzt geh doch tot, Mann. Nein, wirst du auch nicht. Wo sind sie? Wie, der bist eines Flohs. Du bist auch so ein Floh, Alter. Die Schnauze, du doofa dämlicher. Ehrlich, Alter. Ich kann mich doch nicht die ganze Zeit heilen. Hat er für eine Ausdauer. Ich fass es nicht. Das ist eher für eine Rüstung. Ich fass es nicht. Ihr seid alle verloren. Ich fass es nicht. Ich geh tot. Nein, geh ich nicht. Damn. Was mache ich, wenn ich keine Tränke mehr habe? Haha. Geht's jetzt lang? Da ist ein Tor. Dippt. Okay. Boah. 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 Was bin ich gut heute? Wunderbar. 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 Boah. Boah. Hey. Gold, 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 Gold und ein Schlüssel und cool und eine Truhe, oh, was ist denn Lehrling? Ah, leck mich doch, ah, jetzt aber, oh, geschaut zwei Hände, brauche ich nicht. Zack, schleichen wird nochmal verbessern, geil, ich wüsste gerne, wo Lydia ist, aber die wird hinterher kommen, denke ich, entdeckt, wo denn? Ich will ja noch skillen, ich finde mich sowieso nicht wieder, kämpfen wir dann wahrscheinlich gerade gegen Lydia oder so. Egal, ich gehe jetzt hier rein, zack. Ich verbleber hier schon wieder viel zu viel Zeit. Hallo, hallo, guten Tag, hier ist der Koloss am Start. Ich will ja erstmal die ganzen Schlösser aufknacken. Ah, jetzt muss ich weiter tasten. Taste die Tast, 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 Tast. Ah. Tast, Tast, Tast. Da ist was. Gucke ich mir an. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Einfach nur um das Schlösserknacken zu skillen. Da ist keiner. Ich bin versteckt. Ach, die haben jetzt die Tür geöffnet oder was? Ist da jemand? Ich sehe nichts. Oh, was? Oh, ich bin voll der Scheißer und, äh... Es lüttet ja jetzt von der anderen Seite oder so reingerannt. Was ist denn da passiert? Oh, Mann. Auf einmal schreien sie da rum, keine Geräusche mehr. Ich höre was. Gitter. Was ist denn das? Ich höre hier nur Geräusche und sehe gar nichts. Was ist denn hier passiert? Haben sie sich selbst kaputt gemacht? Was ist da bitte passiert? Was ist... Was ist hier passiert? Dorfkopf. Ich höre Schritte. Das bin nicht ich. Ich stehe nicht Tore auf. Ich weiß überhaupt nicht, was hier... Oh! Was hier los ist? Oh, geil. Ich weiß überhaupt nicht, was Lydia da irgendwo macht. Ist die das denn? Ich hoffe, das ist sie dann nicht. Das ist sie garantiert, die dann macht nur Scheiße. Ey, ich werde sie hier nicht... Ich hoffe, sie stirbt hier dann nicht. Schlagen sich. Jo. Leere Flaschen. Hey, boxen die sich da oder was? Voll das Labyrinth hier. Total planlos. Wolf. Hey, Wolf. Oh. 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 Schreie da oben so rum. Oh. 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 Oh.